5, 6, 9! Arztlack! Bapperhaft, Motherfuck! Für immer so und unter Hurensöhne, im Arztlack-Tun hängt euer Bild! Ihr Hurensöhne! Was? Haftbefehl, ich hab hier ein Haftbefehl. Haftbefehl sind behaftet. Was? Mach bloß keine Haarekatz bevor ich komm und dir deine Nase brech! Das ist einfach Haftbefehl, jetzt kommen sie mit! Das ist genau! Musik Herzlichen Glückwunsch, Kommissanlage. Sie haben Haftbefehl verhaftet. Aber ich muss ihn wieder freilassen. Was? Wir brauchen ihn als Informanten. Von jetzt an sind sie beide Partner. Aber wie soll ich mit ihm arbeiten? Ich verstehe kein einziges Wort, was der sagt. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Ja, den kann ich mir aber leider nicht leisten. Das ist halt nur ein Fabulous. Wirklich, wir gehen jetzt da hin, ja? Praktischer Wagen für Drive-Bys. Jetzt hör mir gut zu, okay? Ich hab genauso wenig Bock auf den Scheiß wie du. Aber benimm dich. Hör auf mit deinem Scheiß Gangster-Talk mit diesen Drive-Bys und so. Pussi, muck bloß nicht auf hier, du Rudi. Du bist Honda, ich sagert. Ich hab keine Ahnung, was du mir sagen willst. Keines dieser Wörter existiert. Du weißt, dass ich Babbo bin, weil ich deine Mutter fick. Hör mir zu, ja? Ich will meinen Fall lösen. Du willst dich ins Gefängnis. Also machen wir das jetzt zusammen, ja? Steig ein, benimm dich und fang an, Deutsch zu reden mit mir, okay? Wer hat Lust auf Russisch-Roulette? Alter, bist du verrückt? Du kannst doch keine Waffe haben! Alter! Oh! Renn so schnell du kannst! Ich hoffe, Marathon war dein Hobby-Jub! Ah, Kommissar Blase. Wir wissen nicht, was passiert ist. Aha. Magnums und Ussis durchlöscherten den Tatort Ulum. Ähm, der neuer Kollege dort. Kann es sein, dass er nicht ganz dicht ist? Wir wissen es nicht. Der Körper weist mehrere Einschusslöcher auf. Ussis und Magnums. Die Freiheitsstatue ist ne Hure und ich fick sie! Der Täter war Amerikaner. Amerika! Freiheitsstatue! Hafti, willst du uns sagen, dass all deine Reime, all diese seltsamen Wörter, das sind alles Hinweise? Immer noch derselbe Chabubitsch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasensnifft. Bahnhof! Der Täter versorgt mit dem Zug zu entkommen! Schnell! 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 Ja, hallo Polizei! Ich würde gerne mal Ihre Wohnung durchsuchen. Äh, haben Sie überhaupt ein Durchsuchungsbefehl? Nee, aber ich habe einen Haftbefehl. Ah! Ach so, du Hurensohn! Komm wieder, wenn du Luft kriegst! Ach so, du Hurensohn! Komm wieder, wenn du Luft kriegst! Schnell! Schnell! Schnell!